Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 4. September mit Madeleine Gerig. Guten Abend und schön, dass ihr dabei seid. Es gibt neue Details zu dem Fall rund um Polizisten aus Essen, die einen Taxifahrer auf Mallorca krankenhausreif geprügelt haben sollen. Die Polizisten waren zusammen mit anderen Polizisten aus Essen wegen eines Team-Tages auf Mallorca. So steht es in einem Bericht an den Innenausschuss des Landtags und auch die Polizei Essen hat das bestätigt. Jede Dienststelle darf einmal im Jahr so einen Team-Tag machen, das soll dem Betriebsklima helfen. Einige der Polizisten sind nach diesem Tag dann noch für einen Kurzurlaub auf Mallorca geblieben und in dieser Zeit soll es zu der Prügelattacke gekommen sein. Die Polizei Essen wartet aktuell immer noch auf die Ermittlungsakte aus Spanien, um festzustellen, ob die beschuldigten Polizisten Täter oder nur Zeugen in dem Fall waren. Erst dann kann es weitere Konsequenzen geben. Bisher wurde einer der Polizisten in den Innendienst versetzt. Papier wegbringen, Grünabfall oder anderen Schrott. Die meiste Zeit hat man dafür ja nach Feierabend. Dann hat aber oft der Recyclinghof nicht mehr auf. Gegen dieses Problem machen die Entsorgungsbetriebe Essen jetzt was. An der Recyclingstation in Überrohr an der Langenberger Straße könnt ihr auch nach den regulären Öffnungszeiten euren Müll abgeben, zumindest bis 22 Uhr. Dafür bucht ihr euch über eine neue App einen Termin und dann öffnet sich das Tor für euch. Danach habt ihr zehn Minuten Zeit, um den Müll wegzubringen. Der Geschäftsführer der Entsorgungsbetriebe, Carsten Woidke, ist stolz auf diesen neuen Service. Also ich glaube, ganz klar sagen zu können, dass wir hier in Essen Vorreiter sind, was das betrifft. Es gibt die ein oder anderen Projekte auch außerhalb des Ruhrgebietes und außerhalb von NRW. Aber an der Stelle auch in diesem Bereich der Großstädte im Ruhrgebiet sind wir hier in Essen Vorreiter. Einziges Manko, es kann nicht alles an Müll abgegeben werden. Also zum Beispiel Elektrogeräte oder Sperrmüll sind nicht erlaubt. Seit Jahren wird das Kulturforum in Steele umgebaut und saniert. Nächste Woche soll es wieder aufmachen. Dann können da zum Beispiel wieder Kurse der Volkshochschule rein. Von den Rohren im Boden über die Fassade bis zum Dach ist alles auf den neuesten Stand gebracht worden. Auch 30 Kilometer Kabel wurden verlegt für die Technik in dem denkmalgeschützten Gebäude. Die alten Spitzen auf dem Dach wurden wieder hergestellt und die historischen Fliesen in den Fluren konnten größtenteils drinbleiben. Die Sanierung hatte sich immer wieder verzögert, unter anderem wegen Leitungsschäden. Dadurch wurde die Sanierung auch doppelt so teuer wie eigentlich geplant. Bis jetzt ist die Rede von 5,5 Millionen Euro. Eine finale Summe gibt es aber noch nicht. Herbert Grönemeyer kommt in die Innenstadt zu uns nach Essen. Allerdings nicht für ein Konzert, sondern er liest in der Lichtburg aus einem Buch über sein Leben vor. Das ist Teil des Literaturfestivals Lit Ruhr, das Mitte Oktober ist. Auch andere prominente Gäste kommen dafür. Zum Beispiel stellt Komiker Harpe Kerkeling in der Lichtburg sein neues Buch vor. Darin geht es um die Geschichte seiner Vorfahren. Und die bekannte Krimi-Autorin Donna Leon liest auf Zollverein. Tickets für das Lit Ruhr könnt ihr ab sofort online kaufen. Den Link dazu und zum ganzen Programm gibt es auf radioessen.de. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Regen wird immer weniger heute Abend und in der Nacht. Dazu kühlt es sich ab auf um die 17 Grad. Morgen startet der Tag mit Wolken, dann kommt aber immer mehr die Sonne raus und es wird auch wieder wärmer. Bis zu 28 Grad sind dann drin. Also jetzt nach diesem Tag Herbst heute ist der Sommer wieder zurück. Und das geht zum Start in das Wochenende auch so weiter. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh wieder ab halb sieben hier bei radioessen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.